Hallo Leute, hier ist euer BongoCat und wir machen einen Livestream mit Coyote. Ich kann's Hallo sagen. Hallo. Ja, super. Ähm, wir spielen heute Spellbreak. Das haben wir gestern angefangen, das Spiel. Wir sind schon ein bisschen fortgeschrittener. Aber, naja, das wird kein Problem. In einem Spiel ist es ein Battle Royale Spiel. Da könnt ihr hier so Handschuhe auswählen. Und die haben halt verschiedene Fähigkeiten. Dann hat man hier halt auch so ein Inventar, wo man halt so Sachen ausrüsten kann. Das ist der Shop. Der sieht so aus. Da ist aber hier dieser unmoralische Alchemist drin. Ähm, und dann würde ich sagen... Wollen wir mal spielen? Nein, ich will das YouTube erst mal. Hm. Läuft der Stream eigentlich? Ja. Super. Super. Also, dann... Wer macht deinen Handschuhe aus und dann passt? Super. Ja. Ja. Gut. Uh. Uh. Wer findet das? Wer hat ne Chance Tränke? Tränke? Kannst du machen jetzt? Oder? Ja. Ich hab grad mein... Ich hab grad 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 mein Spiel reingeguckt. Der ist ein bisschen verzögert. Naja. Bei euch müsste er ja... Äh, ich werd zum Avatar. Echt? Also, man kann hier schweben in dem Spiel. Es gibt hier so Rüstungen, einmal Gürtelstiefel und Amulette. Und dann gibt's halt noch verschiedene Handschuhe. Und zwar halt Stein, Frost, Gift, Blitz und Wind. Ich nehm immer gerne noch Frost mit. Ähm. Ja, einfach mit der Koko. Also, man hat zwei Fähigkeiten. Einmal dieses Standard. Da schieß ich jetzt in meinem Fall so nen Feuerball. Oder halt so nen... Kann ich so mit... mit dem Bogen schießen. Ähm. Dann hat man noch so ne krassere Fähigkeit, würde ich so mal sagen. Dann kann man dann halt so ne Feuerball machen. Oder halt so nen Eisschwurm. Ja. Wo bist du eigentlich? So. Im Live-Telefon. Ähm. Wir könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Im Live-Telefon. Ich weiß nicht, um genau zu sein. Ähm. Ob hier irgendwas noch haspelt. Vielleicht die Aus... halt die... Aus... Ausgabe von... Coyote sein. Äh. Equipment. Vielleicht schaut man die manchmal nicht. Naja. Coyote? Noch da? Hallo? 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 Das Spiel beginnt gleich. Das ist jetzt eher erstmal hier noch... der... die... 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 der Training oder so... wenn's nicht möchte. weiter. Und es gibt halt verschiedene Seltenheiten. Legendär... eben... gewöhnliche Selten. Und halt... gewöhnliche. Dann gibt's auch noch so Artefakte. so gesehen. Hier... Digi... verleiht ja auch nochmal verschiedene Fähigkeiten. Ich nehm gern immer die Flugrude, weil damit kann man fliegen, logischerweise. und... ähm... äh... 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 ich... ich... also... ich plane so den Stream ungefähr so... eine oder zwei Stunden zu machen. Mal gucken. Je nachdem wie lang Coyote noch Zeit hat. Wenn der auch mal reden würde. also... ähm... mach wir uns mal... Plex... Kann ich Black Screen machen? Ich weiß nicht, ob ich Plex... nicht machen kann. Äh... Coyote? Redest du auch nochmal? Weit mal Ihm. Guck kurz mal. Spiel frei. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Spiel frei. Ah... das ist ein bisschen viel energie kann sein was das gelang welche kommt zu mir kommt zu mir habe ich so ein legend der drop ja natürlich ja ich komme macht er den verband er dich versuche einfach irgendwie unberechenbar hin und her zu ja schade ah, hat ein harter Legs, ja die oh gott das kann ich abhaken sorry für die kleinen Legs, das ist halt kein Trick der Auflösung ah, geil, da wäre eine Wiederbelebung ja, erste Runde, was soll man machen? ähm, Koyota? Koyota? naja haben wir eigentlich schon jemanden, der zuguckt? ähm, was machst du grad? ähm, was machst du grad? Koyota? mein, heut ich nicht naja sorry, wenn das bei mir immer so lang lädt oh weiss hört man.. ja... mich müsste man eigentlich hören k uns mal Ok 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 Was ist das? Bis zum Schluss. Ah, ja. Ah so. Ähm, Kojote könntest du dich mal bitte wieder laut schalten? Das wär sehr nett. Weil man hört dich nämlich nicht. Der muss gerade noch was klären. LOL. Das wusste ich gar nicht. Wie die Fähigkeiten kombiniert. Okay. Alright, alright. Okay, wir gehen jetzt diesmal nach Grifffield. Und falls ihr das Spiel kennt, könnt ihr ihm mal ein paar Tipps reinschreiben. Freunde, wenn ihr wollt. Das wäre auf jeden Fall sehr nett. Die sehen wir auch nix. Doch. Ah ja, hier eine große Kiste. Und falls ihr euch nicht wundern, das Spiel ist gratis. Ihr müsst euch kein Geld ausgeben und es ist kein Placement. Aber trotzdem, ich würde es euch empfehlen. Gutes Game. E-Pier-Steine und Schuh. Zucker. Okay. Hey. So. Schuhe. Okay. Falls ihr Vorschläge habt, was ich mal spielen soll, könnt ihr es ja mal in mein ähm letztes Video schreiben. Wäre sehr cool. Okay. 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 Also, wie gesagt, wir sind in Zone. Und das ist auch eigentlich ganz gut. Gut. Gibt es noch was looten? Ja, da. Da ist nicht schon mal looted worden. Von meinem Teemate, den ich nicht kenne. Alter. Wie gesagt, es gibt ja auch so Schriftrollen. Damit verbesserst du deine Talente. Und die Talente brauchst du halt, um verschiedenste Dinge zu. Äh, also du kriegst zum Beispiel, bei mir ist es so, ich hab so ein Vitalitätstalent. Damit kriegst du halt immer Leben dazu. Das finde ich ganz cool. Weil, je mehr Leben, desto besser. Finde ich. Und ja. So. Oh, was liegt da denn? Ich kann nicht mehr. Äh. Ist ja gar nichts. Ich wundere, wenn ich mich, wenn ich ein bisschen leise, also nicht rede. Weil ich mich konzentrieren muss. Aber, das wird schon kein Problem sein. Okay. So, Coyote. Ist da. Okay. Okay. Achso, hier sind die Fisten. Ich bin komplett verpeilt. Mann, ich will Gegner besiegen. Und, falls ihr euch wundern, ähm, dieses Geisttalent, was bei mir da steht, das ist, ähm, wenn ich sterbe, werde ich einmal wiederbelebt und bin vier Sekunden und sterbe. Ich kann dafür aber selber nicht angreifen. Glaub ich. So war das. Das habe ich heute freigeschalten. Also an dem Zeitpunkt, wo jetzt der Stream kommt. Oh, okay. Hier ist wirklich gar nichts los, ey. Auch die erste Runde, die Coyote und ich gespielt haben, da haben wir direkt erstmal Wind geholt, aber wirklich jetzt. Also, das hat nicht nur aus Bluffs, sondern einfach nur, das ist die Wahrheit, so. Ähm, ja. Na wieder, natürlich wartet keiner auf mich. So. Ui. Na? Hey, redest du wieder? Was war denn los, Coyote? Oh, scheiße. Ich seh sie. Ah, es leckt. Scheiße. Sorry, sorry, sorry. Kann wirklich nichts mehr, ich konnte gerade nichts machen. Okay. Okay. Hey, Coyote, wo bist du? Ach, da hin. Oh. Fertig angriffen. Ich hab' jetzt schon, oder? Hab' ich das schon. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Schon Level 3. Sind die immer noch, ja, die kämpfen dahinten gerade schon. Nein. Ich geb' ich geb' dir Back up. Ah. Ach, Coyote, warum hast du dich eigentlich stummgestellt gehabt? Ah. Ist tot? Ich weiß nicht, ob der tot ist. Okay. Oh, sorry. Hast du auch gefeuert? Schon geil. Ah, ja. Hier geht's ja richtig zur Sache gerade. Oh, Mist. Hier geht's ja richtig zur Sache gerade. Oh, Mist. Da, aber. Oh, ich glaub' ich hab' ein... ... 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 Ich muss mir kurz mal Schild geben. Brauchst du Heiltrack, Koyote? Nee, brauchst du nicht. Gut. So. Koyote, wie viele Kills hat sie schon? Ach ja. Sind die wieder? Was? Koyote, man hört dich ganz schlecht, also manchmal auch gar nicht. Also jetzt meistens. Weißt du schon, wo Next Zone ist? Okay, lass da hin. Okay. 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 Oh, oh, oh. Oh, da hinten, da, da kämpfen wieder Leute. Äh, Koyote, hast du welche Seltenheit hat seine Gifthand schon? Ah, jetzt ist er irgendwie nicht. Hopp. Den hole ich. Oh, da. Okay, der hat sich verpisst. Schnell, 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 so spät. Ja, kämpfe gerade. Hab ich ihn? Oder hab ich ihn? Alter. Der hat ihm gerade die Ehre genommen. Ja, ich hab ihn gehadet. Wollen wir pushen? Okay, die machen wir in ernst. Komm, wir pushen. Da sind die. Da, da, da. Da, da, da. Das ist doch Nein, gut Team D? Schade. Koyota, redest du noch? Ich rufe die ganze Zeit. Man hört dich aber nicht. Wirklich nicht. Vielleicht musst du dein Mikro ein bisschen näher am Mund nehmen. Wenn du wirklich sehr leise bist. Ich hab kurz Black Screen gemacht. So. Vielleicht funktioniert es jetzt. So, Black Screen ist aus. Äh, redest du noch mal reden? Reden. Was? Du bist jetzt gerade immer lauter geworden. Ich weiß was. Mach den Sound einfach noch reiser. Stell dich dann lauter. Ja. Red jetzt. Jetzt hört man nicht, glaube ich. Hallo. Ja, jetzt hört man nicht. Auf jeden Fall. Dann. Kannst du dir jetzt den Leuten Hallo sagen? Hallo. Gut. Dann röstest du aus, oder? Eher nicht. Moment. Was? Ich hab dich noch lauter gestellt jetzt. Wollten wir da vielleicht auch jetzt uns schon noch mal rast spielen? Rast, meinst du? Ja, kann man machen. Jump. illes. Vaughan Kopfschmer. Wenn du nicht arbets Cauk sp Очie Proschmer. Ich hab jetzt noch Spaß. Schon mal indem du bist. Immerike hat noch weitergehe. Ich hab dich noch so sagen. Ich habe die Hilfe gemacht. Ich hab dich noch mal gesagt. Ich hab dich noch wohl gehört. Ich hab dich noch nicht einig. Ich hab dich noch einfacher. Ich hab dich noch mit Paradiseägen. Ich hab dich vorgloc direct da'. Haben wir noch einen teammate eigentlich? Alter. Gefällt dir das Teleport-Artefakt? Guck mal, bitte. Bongo? Ja. Hier ist einer. Was ist? Hallo? Ja, hallo. Guck in den Stream, dann hörst du mich. Also, du hörst mich ja nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das Problem ist. Hörst du mich? Nein, ich hörte es nicht. Okay. Dann kannst du ja vielleicht in meinem Stream antworten. Aber eigentlich ist alles gut. Oh, ihr Lautsprecher. Hallo? Hört man mich im Spiel? Na gut, weil man mich nicht hört. Leider hört ihr mich vielleicht? Na gut, ich weiß aber auch nicht, was ich machen soll. Aber bei mir läuft eigentlich alles. Ich lade noch andere. Ich verg taste. Was ist das? Ich vermische. Ich vermische. Ich vermische. Und jetzt haben wir ein guter Combo. Ok. So, epische Truhe und Körpertalent. Wie bitte? Körpertalent. Bei mir, bei mir hast du ein paar Ruckler. Bei mir hast du auch ein paar Ruckler. Oh, oh. Vielleicht kommt der Computer irgendwann nicht drauf klar. Hilfe. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme so schnell wie es geht. Oh, oh. Ich komme, ich komme. Bongo. Hilfe. Du brauchst doch keine Hilfe. Jetzt aber. Oh, oh. Da kommt der Nächste. Shit. Komm runter, komm runter, komm runter. Piss dich. Ja. Jetzt. Nein, ich kann nichts machen. Was sollte ich machen? Ja, und jetzt. Und jetzt T-backt er mich. Was? Das sind die Leute, die ich hasse. Kojote? Hörst du mich? Wie gesagt, hörst du mich? Wie gesagt, hörst du mich? Wollen wir jetzt, ähm, Raft spielen? Hör nur, wenn du magst. Nice. Warst du im Shop für 200? Ne. Leider nicht. Ich höre dich nicht. Guck mal in den Stream rein. Warum denn? Ja, weil du, damit du mich hörst. Ich höre dich jetzt gerade, aber ich höre dich in den Spielen nicht. Ach so. Okay. Wollen wir auf den anderen Dingen? Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Weiß nicht. Hm. Sprachausgabe Lautstärke vielleicht ein bisschen lauter. Dann hast du mich vielleicht. Ja, ich höre dich jetzt gerade. Ja, jetzt, aber nicht während wir in der Runde sind. Deswegen. Wollen wir jetzt noch eine Runde oder wollen wir was anderes machen? Weiß ich noch ganz schön. Okay. Also ich würde noch eine Runde spielen und dann können wir noch was anderes spielen. Wie Raft oder so. Raft. Machen wir das. 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 Eigentlich jetzt. Streamer viel. Raft. Machen wir noch. Stream jetzt. Warum? Ah. Ne. So. Hörst du mich jetzt? Hörst du mich jetzt? Oh. So. So. Hörst du mich jetzt? Hallo? Hörst du mich jetzt? Hallo? Före nicht. Schau. Boah. Hallo? Hörst du mich jetzt? Was ist das? Und gut. Ja, hallo. Warte mal kurz. Red noch mal. Hallo. 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 Warte, red noch mal. Ja, hallo. Jetzt höre ich dich. Jetzt? Ja? Hörst du mich wirklich? Jetzt höre ich dich. Und du mich auch, ja? Also, und ich dich auch. Red du mal? Red mal? Och, was ist denn das? Red mal. Nein. Guck mal hier hin. Hier hin? Ja? Red mal. Redst du richtig? ja redest du kannst du auch reden hallo ja so ist gut so ist es gut sort of mountain vorgehen auch noch anderen lässt hier vorne in die ruine dahin da und ich bin arm ja man hat jetzt glaube ich nur die hälfte gehört also noch mal er heißt coyote er hat kein geld um sich hat vielleicht zu leisten das ist irgendwie gut gemeint von mir gewesen ist gerade weil dann mache ich noch mehr der mensch glaube ich hast du schon mal gesehen wie viele zuschauer wir haben gerade coyote jetzt hat er mich wahrscheinlich wieder nicht naja kann man nicht ändern ist halt erst mein zweiter livestream und das ist wahrscheinlich hier ein bisschen verpackt mit dem ich glaube das spiel ist nicht für live streams ausgelegt ausgelegt bei mir leckst du ein bisschen rum deshalb ja bei mir auch bei mir hört man dich meistens nicht so wie viele zuschauer haben wir ich glaube gar kein Ach man, naja. Man, ich will kämpfen. Man, ich will kämpfen. Der Sturm nähert sich. Äh, wir sollten, sind wir in der Zunge? Äh, wir sind in der Zunge. Lass mal nach Ruby Grove... Wollen wir gleich mal bei Diskut den Kanal wechseln? Bringt das denn was? Okay, warte, ich mach kurz Blackstreen, dann wechsle ich kurz den Dings. Lass zur, ähm, Stimmung gehen, ja? So. Zur Stimmung, ja? Ja. Na, verweck. Was? Ist der hier besser oder so? Ja, vielleicht geht das jetzt hier. Dein, zu schlimm ist schwarz. Ach so. Ja. Stimmt. Hehe. Nicht, dass ich das schon wieder mal vergesse. So, 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 so. Äh, nächste Zone direkt. Sind wir drin? Ja. Oder? Ah, jetzt hör ich dich. Echt? Jetzt hörst du mich? Kojote, hörst du mich? Oh, ne Fleck. Ja. Ah, ich glaub das liegt, ich hab das kurz immer. Vielleicht ist das Spiel einfach noch nicht so dafür ausgelegt. Oho? Ja. Da vorne sind zwei Gegner in die Richtung, in die Richtung gucke. Okay. Weit weg oder da? Weit weg. Da vorne sind nochmal zwei. Ja, ich seh's. Da dabei. Nein. Komm, das ist einer. Den klapp ich. Hab ihn. Ich werde direkt wieder angegriffen. Das sind wieder drei. Bin nett. Ne, ich, ich leb noch. Ich leb noch. Ich muss mich kurz verpissen. Kommst du klar? Ich mach dich. Oh. Ich wurde dich. У. found out! Ich ispt. Ichigu Au! Da ist einer, der hat Lowlife. Richtig Lowlife. Der ist schon fast tot, Alter. Der Pult, der werde ich pushen. Nein! Ich bin tot. Ich kann nur noch wie Lowlife werden. Und ich backe hier. Danke. Okay. Komm, komm. Da vorne sind wieder welche. Okay, direkt. Ich habe keine Trinken mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich wieder in die Ecke. Oh, ich stecke es dann zu. Gönn dir. Gönn dir. Da hinten. Hier. Drei! Bist du? Wo bist du? Da bist du. Schönes Ding. Ja. Ja. Ja, sicher. Sorry Leute, wenn das bei mir ein bisschen leckt. Hast du gerade... Oh! Oh, oh, oh. Loll. Hast du ihn? Ja, komm, nochmal. Oh, pack! Zone, Zone, Zone. Wer ist denn der Typ? Hab ihn. Scheiße. Ja. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich komm nicht. Na, ich bin nicht. Elf! Ich bin selber tot. Also. Ja. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Sechster Platz wenigstens. Das ist gut. Ja, leider konnten wir keinen Win heute holen. Naja. Kann's halt nicht ändern, so. Aha. Äh. Es wird bei Milet immer noch... Bei dir? Hast du jetzt das Artefakt als Rücken? Bongo? Ja. Ja? Hast du mich? Ja? Ah, jetzt hast du diesen Rücken, ne? Das Rücken-Ding, ne? Ah, ne, hast du das schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, welches Toxic-Level du hast. Du hörst du mich eigentlich? Äh, ich weiß ich gerade. Äh, hast du das Rücken-Artefakt jetzt? Ne, ich war rausgeschmissen. Echt? Naja. Was wollen wir machen? Du hast entscheidend. Eine, was du oder so. Rift, okay. Ich mach kurz Landskreen. Und dann... Bei mir ist Rack, bei mir macht Rift update. So, bei mir glaub ich auch. Ruft. Eine Minute fünf Sekunden. Und Moment, eine Minute, eine Minute fünf Sekunde. Und Moment, eine Minute, eine Minute. so bibliothek ich mache eine das macht lp es existiert bei mir auch aber bei mir geht es nicht weil gerade noch andere update alle weil noch andere spiele upgraden bei mir ich habe andere updates ausgestellt ja bei mir macht das aber was anderes das update ist auch was bestem oder was wie bei steam ja das ist ab jetzt was die macht auch an du kannst du auch eins abbrechen ja irgendwie geht das nicht also bei mir kann ich so ab jetzt abbrechen oder einstellen dass die gar nicht erst runterladen auch hier können aber als spiel aber irgendwie geht das bei mir nicht das neue bärhaft ruf du also wir könnten natürlich auch noch mal spiel ich glaube ich kann mal probieren ob das geht ich glaube sehr dauert so lange der download wir können auch mal rocket league mit den leuten mit den anderen spielen die ist sogar nicht da aber wenn ich dann mal da so viel machen wir können auch mal aufnehmen oder da kann ich da kann und oder wir nehmen uns kurz das auf dann schneide ich das probe und ok rafd geht doch anscheinend 100 prozent also ich muss sagen xbox konsum begleiter fand ich besser ich bin sogar grad disco besser aber vielleicht spart doch gerade an das internet um vielleicht wollen wir heute bald wieder karantäne ist oder so kann man noch mal aktuell ist jetzt dass ihr jetzt gerade die ganze zeit schwarzen bildschirm ab dabei ich will euch nicht meine sachen zeug zeigen deswegen haben wir überhaupt zuschauer 2 1 wer war denn der zweite wer ist der zweite keine ahnung das aktuelle glaube ich gar nicht ich bin der zweite und schon abgeschalten ist nämlich zwei 2 kraft ja ich kann spielen gut es heißt unser auf der p steht ja ja so jetzt müsstet ihr gleich wieder jetzt müsstet ihr wieder bildschirm auf eine erkundungstour auf dem meer kraft das lp nie im kino kraft soll ich eine welt laden wir können auch eine neue wie ja soll ich meine welt laden neue welt ja ich mache eine neue oder ja mach du eine neue welt weltnahme freunde können beitreten nö ab so 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 verbindet ja es wird geladen ich hab ähm kannst du noch mal kurz in den dem eben wir müssen ja so tun das hätten wir doch noch nie gespielt warum nein natürlich haben wir das schon gespielt wir müssen doch so tun als als hätten das noch nie nein warum nicht gespielt warum nicht gespielt ich weiß nicht wollen die ein lp vom ersten chapter haben oder so aha aha i don't know vierer plankenklasse die existiert auch die vierer plankenklasse die die macht auch gar nichts gar nicht mal so gut gar nicht mal so gut gar nicht mal so gut naruto boy ist kraft beigedreht das rafft lp und die lex beginn wieder ah heftiger leg alter war meine mausen finde ich mega ultra leck ich hab mal ich hab mal ich hab grad mal in stream geguckt also hallo auf jeden fall sind die ähm pm pixel irgendwie ganz ganz schlecht grad unten aber es hat einer reingeschrieben sehr gut verbindung steht aber bei mir also so gut gut gute gleichzeitige zuschauer gleichkleidiger zuschauer der kleine lp ango 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 bei mir scheint sehr verzögert zu sein oder ach ich schon immer hast du im auto auf dem kanal die bongo katzen die mode 64 ich glaube das hat ich glaube das hat sogar jeder das ist einfach so standard emotes das sind die bongo katzen die mode so der disco soll wird kommen meine freund und wir werden euch so wahrscheinlich auch ich mit ob du dann schon bongo an blub blub ich habe weitere mal nach an aber drei zuschauer ich sehe da eine insel insel jetzt haben wir wieder nur ein zuschauer und im kicht jetzt hat wir hatten gerade drei der der die 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 schon und wenn es halt aber die 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 es ist ein schönes bei mir ist es für ein bisschen verzögert aber ich glaube das ist immer so dass bei jedem stream ich weiß ja jetzt leckt es wieder richtig ja ja aber schluss-pattern am liebten hat da sind die Bombe kann nicht was und sieben ja klar die Funktion hat eigentlich wenn du weil du musst es ja immer in so einem Fenster-Modus spielen Nein, ich spiele nicht im Fenstermodus, aber die funktioniert trotzdem. Wir haben wirklich nur einen Zuschauer. Ich weiß, wie das ist. Naja, aber das ist halt bei kleinen YouTubern so. Irgendwann werde ich da berühmtes sein, sage ich euch jetzt schon. Nie vergessen, bleibt immer ein Teil der Bongo Gang. Ach bald, wenn deine Videos gerendert. Und denk dran, bleibt immer ein Teil der Bongo Gang. 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 Bärmann. Ach, gehst doch diesel. Durchschnittswiedergabezeit. Sechs Wiedergabe. Egal. Oh Leute. Oh Leute, sieben Wiedergaben. Update. Auf geht. Ein gleichzeitiger Zuschauer. Sind wir an der Hinten schon vorbei? Au. Ja, ist hier. Eine Blumen. Hallo. Hallo. Könnte noch nicht das Panda-Ding tun. Das wäre überall bekannt. Hast du noch zwei Seile? Oder benutzt du denn ein Seil? Bum 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 ein seil da kann ich mir da kann ich ein grill bauen kannst du jetzt wie man ein halber ist achtung ich habe vorgesucht ich habe mir ein sperr geholt so warum haben wir eigentlich 7 wieder gab es denn da kannst du mit ein zeit geben was kann ich ein seil bitte auch noch was habe noch zwei kartoffeln alles gut das schrieb ja warte mal hier ich hab dir hier ein Dings hingelegt Coyote guck mal neben den Grill was da kannst du erweitern für den separaten reinigung zum erweitern des bloßes der Lektor noch mal was durchschnittliche wiedergabezeit ich danke auch mit ich habe schon mal eine gebratene rüber Prozent als sie mit der Passag war war wenn ich sperren ich bin schwer in Klinik wir brauchen aber nicht wir brauchen aber noch mal eine kleine Anbaufläche brauchen wir auch noch haben wir was haben wir hast du schon was habe ich hast du eine idee wann ich alles immer Streams machen könnte also an welchen Tagen wir können ja auch aufnehmen wir müssen ja auch nicht regelmäßig streamen naja aber Streams schon weil weil wenn man nämlich aufnimmt muss man muss ich mich an der 15 minuten Regel halten deswegen du kannst hä wenn ich deine Videos kannte kannst du doch auch eine Stunde aufnehmen und ich kann das runter aber da ist die Frage wieder wie kann ich dir das schicken weißt du hä du kannst mir doch eine Teil auf den Discord schicken ja aber es stimmt aber dann musst du mir die auch wieder zurück schicken du musst du mir die aber auch wieder zurückschicken dann geht das ja bist du dann mein persönlicher Cutter oder was ja dann mache ich hier auf meinem Diskurser mache ich dann einfach einen privaten Text auf wo ich die ganze Zeit die Dinger sende ich kann hin wenn mache ich mal eine Bildschirmaufnahme und dann kannst du mir zu da machen wir dann irgendwie scheine ich glaube heute mache ich keine Aufnahme mehr weil ich muss noch was wegen schule machen schule machen schule machen ich bin ich zur Schule du bist ja auch die in den Wolf es ist ja keine menschliche Berichtung ja ich habe ein Mensch ich habe kein Mensch ich habe kein Mensch ich habe kein Menschenberichter ich bin im Grunde und vor allem ein normaler so nicht jetzt den Mund anfeuern damit ist mir viel zu hell au au ich habe also das Problem ich würde halt gern noch Hintergrundmusik anmachen aber ich weiß nicht ob ich dann ich habe gerade den Zähler in der Zähler gestoßen wuuh baum so 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 ich muss sagen der letzte Scream lief aber bei weitem besser ah Ich bin fertig. Ich bin fertig. Boom, boom, boom. Ich will dich in meine Wohnung. Ja. Trink, Lars. Ich kann nur ein Lektus haben. Hast du eigentlich schon mal eine Idee, was du mit Lennox aufnimmst? Hast du da schon eine Idee? Nö, ich hab noch nicht gefragt. Vielleicht nehme ich heute Morgen keine an. I don't know. I don't know. Wenn wird das wahrscheinlich wieder Fortnite sein oder sowas. Ach so, das ist... Und Leute, falls ihr euch fragt, warum ich keinen Vorteil mehr spiele, ich will es nicht mehr spielen. Ja, das ist der Grund. Grund ist so das einzigste. Nein, ich wurde eben nicht gewandt. Kleine Story. Ich wurde... Da leuchtet was im Wasser. Da leuchtet was. Da leuchtet was. Leuchtet. Da, da leuchtet was. Ja. In Wasser. Ja. Da leuchtet auch... Hi. Ich spiele so Rocket League und hab aus Versehen in Cheat Code eingegeben, ohne dass ich es wollte. Und deswegen wurde ich drei Tage... Habe ich drei Tage im Bann bekommen. Ja. Hier geht's noch. So Kojote, wir... Kann man ja weiter Louise demander. Wollten wir noch, wollen wir noch warten bis... ... Ker tark ist und dann wohl... und dann würde ich diesen Stream beenden, ja? Boopoобoom. Please. An Robo powder kool harre Rue. Gallículum Preis. wenn die aufzug reagieren nicht nur mich zu land ist einfach mal in meinen haken das wasser runtergezogen crazy erst sehen wir augen dann werden die hat und die haken mitgenommen ich glaube hier ist cool ist wo der gott des wassers den nächsten springen wenn wir einfach bevor sie den nächsten springen wir einfach cool es noch vorsehen endlich war ein b anbauen bitte ein b b b ein kleines bete haben doch ganz erlernt doch gern b weil ich habe zwei kartoffeln und wenn man die anfassen könnte schmeckt ich habe einen lohn aber in die kiste rein das siehst du so dass ich weiß die mit und die sagen und so haben alle neue icons ja so eine konserve das ist eine frühe box oder wird das ist die 1 und der hei nervt wieder kommt der denn lehle 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 das brause als browser vor sich was los und hast euch ein bunt aber es ist nur creed rossi bar rossi auf wir haben große rohensee ausgefunden na gut dann würde ich nochmals ging ich bin ich möchte dass wir das kippen und wir sehen uns dann erlaubt werden irgendwann wieder wo ist wenn ich das erst im video geschnitten habe aber frei wo es wird passieren wird lassen wartet ich muss noch von pürsten gehen ok und ob er kommt dritte person ok und 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 okay So, guck in die Kamera Hä? Hi So, bleib stehen Bleib stehen So, dann würde ich mich für heute verabschieden Und tschüss